Grüß Gott und guten Tag! Gerne möchten wir Sie jetzt zu einem musikalischen Kaffeekränzchen einladen. Und wenn Sie sogar schon einen Kuchen gebacken haben, dann wird es noch gemütlicher. Heute habe ich meine Kollegen Soja Sorel eingeladen. Ich bin Anna Furländer, ich leite das Chororchester in Bad Güssing. Und bei der nächsten Kaffee Musik dürfen Sie sich auf weitere Musiker des Orchesters freuen. Musik 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 Amen. 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 Amen.